Die Tante Die Tante Die Hermione Sie 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 Übermorgen wird sich meistens noch elf und tief. Die Frau vom Märzenrad, sie fast zwei Zentner hat, die reitet früh und spät, damit das Bett vergeht. Ihr Pferd, das war wie viel, wird die Tür, doch sie wird's nie. Es macht nur eine Frau stark. Tante Paule liegt im Bett und ist Vater. Eine Freundin hat ihr den Gezug geraten. Jede vierte Stunde nimmt sie an ein Pfund. Und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paule liegt im Bett und isst Vater. Keine Soppe, kein Gemüse, keine Kraten. Vor der Woche war der Bauch der Kugelhut. Übermorgen liegt sich meistens noch ein Pfund. Der wirfellige Schlauch hat heute einen Riesenbauch. Trotz Wachstum und trotz Sport, der Bauch, der will nicht gut. Er stört wie wirf als Schrank. Da ruft der Neppe, fragt, er hält doch doch uns nur Blut. Und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paule liegt im Bett und isst Vater. Eine Freundin hat ihr den Gezug geraten. Jeden vierte Stunde nimmt sie an ein Pfund. Und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paule liegt im Bett und isst Vater. Keine Soppe, kein Gemüse, keine Kraten. Keine Soppe, kein Gemüse, keine Kraten. Soppe, kein Gemüse, kein Gemüse. Ruhige Schlauch ist da die Katzen. In der Nähe dermauch in den Zinnhöhen, kupert, der ganz gesund. Keine Soppe, kein Gemüse, das ist ein Pfund. Keine Soppe, kein Gemüse, Untertitelung des ZDF, 2020